Wir haben eine Eingang-Kupplung. Das ist das Wichtigste. So, vorsichtig. Das war ein bisschen eng mit dem Bus. Ich hoffe mal, der Laden hat überhaupt noch auf. Ist aber auch wieder hier. Hunde und Katzen am Regnen, wie der Franzose jetzt. Ne, gar nicht mal der Engländer sagt, äh, it's raining cats and dogs. Genau, sagt der Engländer. Was sagt denn der Franzose nochmal? Er hat auch irgendwie sowas, so einen total doofen Spruch gehabt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Franzose eine Katze im Hals hat anstatt einen Frosch. Oh, hier sind wir, äh, in der Upper Class. Ich möchte mir den Sportbückel angucken. Ah. Gibt's die Hosen auch einen schönen? Hab ich die jetzt gerade schon gekauft? Ich möchte dir aber gern einen... Mach sicher, dass du zurückkommst. Was haben wir denn hier? Ohrringe! Och joo! Natürlich direkt auf beiden Seiten, na. Was sollst du denn da für eine Farbe entscheiden? Ne, jetzt einfach mal, ja, das ist somit das einzige, was ich davon bisher mal gehört hab. Anzüge! Oh, wir machen jetzt auf Upper Class, ja. Gott, nein! Gibt's auch einen normalen Laden hier in der Stadt? Der macht mir Angst. Naja, komm. Ähm, dann gehen wir jetzt die Karre saven. Oh, 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 oh. Echt, da hört man jedes... Da hat man fast schon Angst, den loszufahren. So quer wie die Dreck geht. Ich find das immer geil, wenn der schaltet. Und der Turb oder so kurz... ...macht. Da war's wieder. Ist so mega geil einfach, ne? Oh, 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 oh. Ah, friss mein Regen! Oh, 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 oh. Ach, der Busfahrer wieder da. Übermüdet, überarbeitet, gestresst. Hat schon 48 Stunden gefahren und eine weitere 72-Stunden-Schicht wartet noch auf ihn. Kann man schon mal verstehen, dass der anfängt, drinnen zu hupen. Oh, 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 oh. Ja. Dass ich da durchgekommen bin. Hm. Herr Kollege, hast auch das gleiche Problem. Weißt du denn den geilen Aufbau denn daher? Ach, das ist ein anderer. Das ist ein anderer SUV gewesen. Nein, ich fahr da jetzt nicht mit. Da drin bin ich außerdem schon gefahren. Wo wollen die Cops denn so schnell hin? Lass die mal verfolgen. Wir wissen, wo die hinfahren. Oh. Oh. Ganz wilde Schießerei hier. Ey. Ich hab da nichts mehr zu tun. Alter. Ihr habt mein Auto kaputt geschossen, ihr Bastarde. Na ja gut, denen fehlt eine ganze Tür. Da ist ein Loch in der Motorhaube noch vertretbar. Sieht trotzdem scheiße aus. Oh, ich hab da das gesehen. Kommt dran vorbei gedriftet. Ja, ich möchte mich in die Garage begeben. Lass mich raten, der Cabrio ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Wäre auch zu einfach. Ich muss noch mal trinken. Guter Eistee. Mh, was steht denn hier noch von? Wunderbar abhauen können, aber nein. Jetzt müssen wir jetzt wieder auf die andere Straßenseite rennen. Jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Wenn man jetzt hier so einen schnieten Viertürer war. Oder ein kleines zweitjuriges Coupé. Ich bin für das Coupé. Ah. Ich wollte schon sagen. Wird auch zu einfach gewesen. Was läuft denn hier? Oh, Stevie Wonder. Schön. Schön. Oh. Gar nicht übertrieben. So, was machen wir denn jetzt überhaupt? So, ich will sich erstmal hier ein paar Glocke suchen. So. Jetzt darf ich nämlich auch legal auf die Karte gucken. Was ist das denn hier? Das ist der Schießstand. Hm. Downtown Capco. Ach ja, genau. Ist ja die Taxi-Sache dann. Hm. Lester. Ach, ich hab keinen Bock für den irgendwas zu machen. Ich sehe, dass er sowieso schon wieder kommt. Da verkack ich sowieso wieder. Was ist denn bei Barry los? Ich würde sagen, fangen wir erst zu Barry und dann fangen wir zu Michael. Dann können wir nämlich zu dem Spocken auch wieder wechseln. Dann können wir nicht mal gucken, ob die Aktienkurse machen. Oh. Alarm. Alarm. Die haben es eilig. Das ist ja geil. Da ist wohl jemand, die Hütte unterm Arsch am Wegfackeln. Ich muss sagen, der war, wusste ich eigentlich ganz gut, weil jetzt bloß mal trocken ist. Oh. Die Ampel war grün. Nur falls jemand fragt. Genau wie die hier. Können schon wieder ein Auto auslösen gehen. Du kannst ja komplett den Fuhrpark hier zusammenstellen für jeweils 250 Dollar. Weißt halt nur, dass du nicht warte kriegst, ne? Und die sind halt gebraucht, aber gut. Fährst du zu Los Santos Customs und die Karre sieht aus wie neu. So, wer ist denn jetzt nochmal Barry gewesen? Ach, du bist doch der, äh, Mario Hanna-Fritz, oder? Huh? At the smoke inn. We're what? Yeah. We're gonna bring down the government by smoke and weed together. Ich bin immer gespannt, was wir jetzt, äh, äh, zu sehen kriegen hier. Werden die Clowns? Werden Eldings? Shit, wenn being a martyr bedeutet, zu smoke and weed? Für so. Willst du ein bisschen Warm-up? You know, before you go and collect the supplies. Before I what? You know, get the supplies. Can't ever smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know, it sounds kinda bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Hm, 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 hm. How do you taste that? Wovor hast du Angst, Franklin? Alter, du nimmst aber einen tiefen Zug, du. Just a mellow, sophisticated high. Man, this thing's a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you doing? Man, this shit is garbage. Anyway, just get the stuff. It's a revelation. And then call me. Crazy motherfucker. Das ist auch geil. Franklin in der Gewohnheitskiff, er hat schon überhaupt keine Hallos mehr. Ja, ja, Texte, du dummer. Kommt, ist auch mal ein SMS? Was haben wir denn hier? Was hat denn hier für ein Teil? Und ich mein, ich hab letztens mal so'n Reisebus gesehen, der so nach auf... Oh. Das tut mir leid. Jetzt, äh, wollte ich nicht. Wollte ich wirklich nicht. So, ich würd sagen, wir düsen mal eben schnell nach Hause, ziehen uns was anderes an, damit wir Michael auch unter die Augen treten können. Ich werd's jetzt mal versuchen, ohne Navi zu finden. Ich weiß, es klingt bescheuert. Aber probieren, geht überstudieren. Oh, und hier ist die Straße zu Ende. Hm, also ich weiß auf jeden Fall, dass es, ähm, oberhalb von Michaels Hütte ist. Aber ich könnte mich gar nicht entscheiden, welche Hütte ich nehmen würde. Die von Michael oder die von... Ich denk mal eher sogar die von Franklin. Ach, Alter, du Pissbläcke. Geh doch aus meinem Weg hier. Ich muss ja jetzt hier... Wo sind denn hier gelandet? Ja, jetzt haben wir uns mal wieder rechts, ne? Ist natürlich jetzt ein, quasi ein Trick-Cheat, das dann auch gleich M auf der Karte ist. Boah... Ach du! Alter, da kommt schon die nächste. Hallo! Ich hab Vorfahrt hier. Alter! Bist du behindert in der Birne? So, wir düsen jetzt erstmal Michael vorbei. Um irgendwie den Weg nach Hause zu finden. Mein Gott, nur eins. Ah, Barry hat geschrieben. Was schreibt er denn? Danke, dass wir im Kampf lesen, die Dänse... Äh, ich hör irgendwas zu zeigen. Ort am Leben gefahrts mit ihm. Ich bin jetzt auf der Karte gezeichnet. Echt? Ha, wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Ja, wo sind die denn? Grasgeheimversteck. Cool, die gehen wir gleich suchen. Da möchte ich wissen, wie es weitergeht. Das interessiert mich. Und das war jetzt hier noch weiter. Und dann... Genau, das war hier rechts, ne? Dann war das da links hoch. Ich muss... Ich hab jetzt grad auf die Karte geguckt, ja. Pum. Ja, und hier sind wir richtig. Also so halb haben wir's gefunden ohne Navi. Könnten wir jetzt mal einen imaginären High Five geben. Den Pister geholen wir auch noch eben. So. Perfekt eingeparkt. Können wir mal eben was, äh... Besseres anziehen. Weil das gefällt mir irgendwie ganz und gar nicht. Nee, wir müssen hier hinten runter. Aber springt der hier noch nicht mal drüber? Ah, du bist doch echt ne Pussy. Weißt du, aus dem dritten OG? Zack, kein Problem. Aber hier mal eben die Treppe. So. Drei-Zeit-Jacken, T-Shirts, keine Gegenstände. Sehr gut! Oh Gott! Nee. Das ist mal ne andere Hose. Oh mein, die Hose, die können wir eigentlich lassen. Genau. Wir können ja mal... Ja. Oh mein, da müssen wir jetzt auch noch ne schöne Jeans anziehen. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich die Jeans am geilsten. So, jetzt noch... Sportschuhe dazu. Perfekt. Fertig ist der Franklin of the Dreams. Ich finde nicht, so sieht der irgendwie richtig edel aus. Passt der irgendwie auf so der Hütte. So. Rein in die Karre. Und auf zum großen M. Und dieses Mal meine ich nicht McDonalds. Ich hab' das schon wieder viel Scheiße läuft im Radio. Kannst nicht... Ist ja fast nochmal schlimmer als im öffentlich-rechtlichen. Boah, im Privat läuft auch nicht sehr viel besseres. Höh' ich, mit dem Unterschied, dass wir für den öffentlich-rechtlichen auch noch GZ bezahlen müssen. sowieso der größte schwachsinn auf erden was willst du machen so dann bin ich mal gespannt was mich zu sagen hat wir sind mal nicht so dreist und vor allem mit dem auto aufs gelände macht man ja auch nicht man stellt sich auch nicht direkt vor die tür wenn man irgendwo klingelt oder noch zumindest ich nicht and that's how franklin got involved das ist ja perfekt ja das mexikain we met me and teeth did that job for we fell out i wish i was desert up by alamo sie ich habe absolut der ist ganz weit da haben wir sind sie sind vielleicht nicht die jungen von mexikanern und selber die sind ein bisschen kapiert RON! RON! Ich bin zurück! Hast du Probleme? Geh mir meinen Kasten! Den Spacken kann ich gar nicht ab. Wer ist das? Du hast gemacht? Businesspartner. Ein guter Mann. Sehr loyal. Ron, Ron, das ist Michael. Und das ist Patricia. Schön, schön. Ich bin sorry über alles, was passiert. Ich kann nicht garantieren, dass keine Hände zu dir kommen. Ich muss dich in kleine Pfeifen schrauben, bevor ich dein Schraub verbringe, aber ich hoffe, dass es nicht so kommt. Ich empfehle deine Honestheit. Du bist ein guter Mann. Ich kann das sehen. Naja, also wenn man ein Tattoo am Hals hat, cuttieren, dann kann man kein guter Mann sein. Auch nicht mit diesem Barat. Ja, Trevor, ein bisschen, ich meine. Wie ist das fucking Business? Ich habe versucht. Wenn du mir eine Sob-Story hast, ich werde dich ausfüllen. Ich habe dich ausfüllen. Ich habe eine Sob-Story. Es ist noch nicht gut. Aber ich habe gehört, was zu tun, was zu tun, was zu tun, was zu tun. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich habe nichts mehr zu tun. Waffen, die kommen. Also ich dachte, du möchtest, äh... ...requizieren. Fantastisch! Los geht's! Oh Mann. Nein, 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 nicht du. Sitzen. Du bist ein gewolltes Mann. Bleib hoch. Und sie schaue, okay? Sie ist eine gute Frau. Los geht's, Ron. Gut, dass du dich kennst, Michael. Ich bin dafür, dass Michael sich nachher erstmal wieder rasieren geht. Los geht's! Los geht's! Die Waffen kommen! Aber wir haben's probiert. Wir haben ein Flugzeug über dem Flugzeug. Aber... Great, los geht's! Steig in das Flugzeug! Gott, direkt mal wieder Radio aus. Bevor ich dann höre, ne, Scheiße, komm, hallo. Was are you going to do? Wir sind nicht! Wir werden eine private Armee auf dem Boden nehmen, Ron. Wir werden sie in der Luft treffen. Äh... äh... Weil wir euch scheiße sind. 20 Millionen, einfach nur Futsch! Right, right. So, ich bin monitoriert, Tapping into Meriweather Networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I gotta. Now, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the endgame, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing... Heh... Hat er sich selber eingepfiffen? I want a franchise network, Ron. I want reward cards and merchandise. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast from Hov Beach to Vespucci. I want country clubs. And a depressed wife with blonde hair. And a hot little secretary who bounces on my boy. Dann nimm doch die Sekretärin anstatt die depressive blonde hat. Was da, und plötzlich soll ich jetzt fliegen, da kann er knicken. Get in touch with my mexican contact, tell him we got some guns to sell. I'll get you on the CB! Fliegt zu dem Fachflugzeug? Ah, jetzt bewegt sich der Ding. Wo sind die Stadtbahn überhaupt? Das sind die Mistraum, ne? Ich muss mich jetzt auch daran gewöhnen, dass ich mit L1 und R1 wieder blinken muss. Ich glaub, ob das gut gehen kann. Alles klar, Tor vor Doppeldecker 1 habe ich statt. Ja, sie haben statt erlaubt, das hauen sie ab. Alles klar! Das ist so... das Flugzeug hier... für... zum Spritzen, oder? Der hat da so eine Vorrichtung dran. Hallo, zieh hoch! Boah, ey, der Ding ist ja schwerfälliger als... äh... Alter! Komm her! Die Meriwether-Planen in der Hohenbranche von Mount Chiliad! Versuch, du bleibst unter dem Radar! Die Luftraffik wird von der Militärbasis monitoriert. Alles klar, Kumpel geht, geht klar. Wie auch immer wir die dann über die Militärbasis runterholen wollen. Das musst du mir jetzt auch mal genauer beschreiben, Trevor. Alter bin ich grad zusammengezuckt! Scheiße! Ja, versuchen wir es halt erneut. Aber ich hab... Ich war auch mal überlegen. Kann das passen? Ja, da passt... Pah! Voll der Flügel weg! Ich hab doch gesagt, das geht nicht gut, wenn ich fliegen muss. So, Starterlaubnis haben wir immer noch. Das war fast ungekippt hier in der Kurve. Komm jetzt, zieh hoch! Meine Güte, der Runway ist aber auch grad lang genug. Jetzt bleibt auch oben. Ich hasse fliegen. Warum muss Trevor auch ein ehemaliger Ex-Pilot sein? Moin. Ein ehemaliger Ex-Pilot. Bedeutet, dass das schon so lange her ist, dass das schon nicht mehr ehemalig ist oder Ex, sondern dass das schon... Oder ist er dann schon wieder... Oh ja, niedrig fliegen, genau. Die Luftfahrt in Fort San Cudo ist der Aero-Tropik. Oder ist er dann schon wieder... Oh, Strommast. Oder ist er dann, ähm, schon nicht mehr ein Ex-Pilot, sondern ehemaliger Ex-Pilot, also ist er wieder im aktiven Dienst. Ja, er versteht das, äh, mein Gedankengang. Das ist eine interessante Frage, ne? Cargoplanes, auf Bad 12! Ah! Wir werden diese Wälder nutzen, um keine Wälder zu tun. Wir werden besser in uns! Dann stellen Sie mal den Ding voll und dicht am Boden bleiben. Ich bin jetzt mal gespannt, was man mit dem Sprühflugzeug gegen ein Frachtflugzeug... Wir können natürlich auch Mission Impossible-like einfach mal so rüberjumpen. Ich kann nicht viel tiefer... Ich kann nicht viel tiefer... Ich habe noch mal as ge imaginar! Ich kann nicht viel tiefer... Ich käme aus, dass wir das Lager nicht scheckern... Ich kann nicht passoiende vor dir...